2 das war scheiße und gar keine Waffe hast, gegen Zombies kannst du vergessen, also sterben wenn man eigentlich steht die ganze Zeit, braucht man dann weniger Hunger und Durst? Ich glaube ja, also wenn man rennt und so, dann kriegt man später schneller runter er steht, wer muss da stehen, weil Zombies waren viel zu viel er kann sich nicht bewegen sie auch aus nicht, um auf Mond mit Karlsruhe auch geht nein, Phos, du darfst die Frau nicht einholen ich bin auch eine Frau aber aus Versehen, ich hab extra ein Bingo genommen, weil ich immer als erster sterben wollte Phos stirbt immer als erster, wo ich sie auch jetzt für eine Farbe habe ja, mit dem Charakter, ich bin irgendwie noch um, ich bin Asiate hier naja da war ich auch die ganze Zeit ich glaub, jetzt hab ich oh okay jetzt bin ich normaler du bist aus dem Russe, glaub ich naja, du bist ganz normaler du bist ganz normaler wie war denn das? immer dem hübschen Arsch hinterher was das wo ist die und da einfach langsam. Keine Ahnung. Alter, die Zombies sind richtig rum. Der eine guckt so auf den Boden die ganze Zeit und geht einfach über den Boden weiter. Aber bewegt sich gar nicht. Der glischte halt so lang. Ja, der macht nicht. Und die Alte hat die überhaupt auch ab. Die geht aber nicht. Die hauen ab, weil ich hier jetzt auch rumliegen bin. Die können sich auch rumlaufen, für so die Waffen zu besorgen. Ich weiß nicht, ob ihr das überall finden müsst. Ich finde mal hinterm Anfang, wenn wir was haben, bis man mal so ein bisschen töten kann. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, aber so kann es ja gar nicht mal. Wir sind vorerst ganz jahrelang. Ja. Am Schluss sind ja auch drei Stück weit über die oben stehen. So, gehen wir erstmal auf Nahrungssuche. Keine Ahnung. Was? Erstmal schnell Nahrungssuche, würde ich sagen. Wieso? Für die beiden, von Franz und Müssel. Ach so. Ja, wir müssen eigentlich heute durchkennen. Oh, 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 oh. Nein. Der hat euch schon wieder gesehen. Ja. Der hat auf jeden Fall einen Rucksack. Der ist noch im Brunnen. Taschenaufbill. Echt? Ja. Perfekt. Dann. Das doch gar nicht. Du denkst du dir auch. Der hat sich in der Hand. Möhm. Nee. Ich kenne die Wanderung weg. Fuck. Was? Ja, ich kenne mich. Fähig mit der Hand. Ich weiß nicht, du hattest mit dem Ding. den Wütschritt ich bin wie gut ist man du musst im Kreis rennen dann treffen die dich nicht genau immer so und dann versuchen zu treffen genau, dann treffen wir hier einen Blödsinn und sterben zu vollständig dann muss der Ziel zerreißen ich hab schon weg jetzt aber ja ich hab nicht gegratet so drücken wir mal auf den dann regt es auch noch mit und dann essen wir heute dann füllen füllen jetzt essen wir noch nicht ja fängt nein nicht nein nein ich kann nach nach ja immer liegen nur Sonnengrün auf dem Tisch ja ne hier sieht gar nichts mach mal schön auf ja ich hab ja Woll trinken natürlich verlarren sich nicht hier wird noch etwas rosa Mütze mit 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 was ich bin hinten an der Ecke da läuft er auch nicht zu was ist das so er aufgrund bei uns und schrecklich sein bei den Walden die Vorhinein und dann durch die Kugeln ich muss lesen was die für Kugeln brauchen ich hab die und mit der Rounds und wenn du kein Magazin hast kannst du eh noch eine Kugelraffer an schreiße nach CA75 brauchen 9mm ne der war vor dem Magazin nicht mitgenommen ich dachte dem Magazin freundlich ach so das wäre halt ich hab die ganze Zeit die Waffe in meinem Inventar benutzt die ganze Zeit die 9mm braucht ich frag die ganze Zeit welche Waffe brauchen 9mm dann alle also wir sind vielleicht schon mehr am Meer und fast ne genau scheiße ja aber ein bisschen die Straße noch ne das dauert noch ein bisschen ja hier bist du eigentlich was zu essen finde oder? ich bin zu einem Erschicht mit der komischen Pistole hier jetzt fängt aber an zu meckern hier jetzt fängt aber an zu meckern hier jetzt fängt aber an zu meckern hier soll ich mal weiterlaufen lieber? Hilfe 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 ich guck hier nochmal ins große Haus ich geh dringend ins große Haus hier ist das schon mal ne Pipsi ne Spritte ne Spritte ne Spritte trinken kann ich ihm die ganze Flasche dann geben also ich hab ja noch Wasserflasche Poudert Milch ja aber so Cola und sowas das bringt auch mal noch ein bisschen Essen ja ja aber gut Essen hat er ja noch ne Dose dann musst du auch machen so deswegen meinte ich ja ne Tomate ja gut die Straße müssen wir da oben rein ich bin schon mal um zur Kreuzung ne da muss man näher gleich lang ja Hipsi ne die ist so dringend hier kannst du Batterie anpacken raufziehen die Batterien raufziehen die Batterien raufziehst ja ne Straße du kannst an die Batterie lecken äh man kann an der Batterie lecken ja dann rechts sich drauf mal dann klick dann klick dann rechts klick drauf hast dann steht da leg und dann findet er an deine Batterie zu lecken dann kriegt da ein Schlag oder so keine Ahnung dann bist du ja wach erst mal an der Batterie lecken Ja, damit kannst du prüfen, wie voll die Batterien sind. Ah, muss ja sein. Keine Ahnung. Ey, ich könnte mit dem Helm keine Gasmasken aussetzen. So, ich bin da noch Kreuzung oben, ne, Jungs? Jo, komm mal. Kreuzung? Ja, oben, oben. Straße weiter hoch. Wo seid ihr? C, kein Fahrrad. Da kommt einer auf die Straße. Ist das voll? Gibt's dann aber gut richtig, die Taschenlampe anmachen? Wir werden schon in Hand nehmen nur. Jetzt ist es theoretisch schon. Ich glaube ja, wenn du schießen würdest, glaube ich, ein Euro hauen. Ach, du da. Ich glaube eigentlich, ja. Dunkel ist es extrem tolle, ne? Das ist ganz tolle, siehst du schon. Auf zum Erster. Oh, Maden sieht gar nicht gut aus, seine Sicht ist schon gehofft. Das ist klar so. Doch ich seh das, ist schon angegraut. Ha, fuck. Wir kommen, sag mal, die stehen unter mir. Es ist halt absolut nix an Essen und trinken. Ich finde es besser, wenn die unter mir stehen. Das muss sein, wie ein Feuerwehrmann gebracht werden. Da wird ein Schuss da drin. Geil. Selber schießen wir cool, ne? Oh, scheiße, die müssen ein Schuss tot ins Kopf. Ah, ich muss das reichen, die müssen wir auf. Wir sind in der Falle von ihnen. Ich kann baue, ich bin bei ihm. In dieser Zeit, ich meine, da werde ich sicher nicht lange sagen. Woge. Das ist auch nicht so gut, ne? Dass ich vielleicht mal benutzen will. Was denn das ist? Was denn? So gibt's denn? Weil ich gar nicht sostein, das ist. auf die Mütter was Orsensee und auch nicht Antwerpen sind da kommt wieder Arne in der Welt die Staten erwartet sich einfach oder wie oder was ja ich kann direkt weiter ja 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 komm dann nach was suchst du? scheiße den Reben geschossen den Reben geschossen den war es nicht im Zombie? ja ich kann ihn jetzt nachladen du musst dir den Kuchen auf die Platte ziehen natürlich als Chamber scheiße du kannst ja dann mal runterspringen aber ich sehe die Weile ich kann auch runter klettern aber bis dahin sind sie da die greifen nicht meistens erst noch nicht an wenn du da stehst da haben sie natürlich nicht so gut drei Schuss verbraten Tau Blutes steht da auf dem Chat der Tag ist der Fall der Tag ist der Besten der Tag ist der Tag ist also der Tag ist dann du bist das war es für und das kann ich offen die die FNX 75 geben das Magazin ich glaube auch mit links und mit Visier und kriegt Martin Jampfi wieder und hat hier schon mal eine Waffe ich krieg auch noch meine Muni für die Waffe dann hab ich für den Manns in F2 nicht mehr aber das ist erstmal egal ich bin für alles dankbar vor allem wenn man die Zombies hier von Leiter hält dann wird mir einfach jetzt die Zelle hier und die Zelle jetzt gefangen aber wenn wir Handschellen finden, dann will ich mal ein Fesseln dann fährt er weiter ne wer mich mal anguckt, ne mich freut dich aber mit nur Tüte beim Kopf Überraschung sind wir gleich von hinten weil es nicht ausnahmsweise und eifach sein ausnahmsweise die Frau doch mal ab und nicht kommt wieder, ne ne sobald ich auch stehe und sag ne wir packt hier schon die ganze Zeit durch die Gegend die Container so voll nervig, manchmal hängen die im Boot das ist nicht los, glaubt so ich brech mir ja immer nur die Beine ich hab auch schon die Beine gebrochen einmal am ersten das nur weil ich durch die Wand gebackt bin ja da hat er den Skywalker gemacht ja ja der Skywalker war auch den haben wir auch nicht aufgenommen ne den hat man noch nicht aber kurz danach, ne scheiße was für ein Skywalker ich bin, halte rennt so aus Spaß so gegen das Geländer, ne also mitten auf dem Airport auf dem Tower auf dem Tower ganz oben halt auf dem Tower auf dem Tower ich sag so, ich will mitlaufen, laufe, laufe, laufe weil ich stehe und hab mein Typ bis über den Airport ab Lande fähig geklatscht auf und keine Ahnung warum irgendwie durchs Geländer gepackt einen durchgelaufen ja dann bin ich ein paar Mittag gelaufen und hab mich aufgeklatscht und war tot und wie schlaft ja und von 3 hier waren ich hab denn vollfalle laut geta да er braucht eben ein Rucksack ne du kannst du mir einen Rucksack schlafen, ich hab gar nicht außer eine Dose kannst du mir einen Rucksack und leckere, größtliche Wohnen das ist halt so, ja technische Bier, glaub ich so viel, wie er hat es dann so viel mehr Pets hat glaub ich nee, ne Aurier diecible 35 ich contacts das ist ja schläfig ne die nimmt glaub ich nicht so viel weg das ist ja die nimmt bestimmt nur äh der groß 45ern 6 Plätze weg oder so, um 8 Echt? Ja, ich nehme immer noch mit, ob die aus dem Bioanbau sind Ja Geh mal rein, oder wenn sie mit? Ich hoffe, ich kann sie da vorher Das cool, sie sind gerade allein noch zum Ding Wir sind gleich da Ja, wir sind gleich da, ich muss ja noch weiterlaufen Hey, jetzt läuft er wieder Da ist schon mal die Stadt Nee, vorher ist er Hey, ist er in der Wasser? Hm? Ist er in der Wasser? Da unten Ach, da ist der Penner hin Da steht ein Zombie Im Wasser mit, einfach so Das war der, der mich gejagt hat Ach so Dann bin ich ja hier hoch und irgendwo kamen dann die anderen beiden her Ja, das nervt auch immer Dann habe ich hier viele Zombies um mich rum Ja Alles, was ich habe, ist eine Doseboden Schmeiß nach Ihnen Du hast immerhin eine Doseboden gefunden Kannst du mir die Zähne aufmachen Ja, das wär's, Alter, ne? Brich die Zähne kaputt Sonst sagt zahllos, kann nicht mehr reden Fuck you, fuck you Was hab ich gehört? Ja, dann sollst du mich noch eine Taschendamme und Batterien Mit Geil, dann würde die Dose aufkriegen Du kannst die mit dem Ding verbinden Erstmal musst du machen Ja, das hab ich hier gemacht, ach so Ich hab nicht gesehen, ob jetzt leuchtet oder nicht Ach so, ja, gut, das ist 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 Das ist Ja, das ist Das ist Das ist Das ist Ja, kann man krank werden Ja, kann man krank werden Ein Stückform Oh nein Wie solche Verbindung Alter, die Verbindung echt Ach so, mir läuft hier Kreuz und quer und alle Zombies Nein Ja, toll, zommigen Fabian